Ok, ich befinde mich hier im schönen Brunner Kloster. Wo wir mit den Dreharbeiten begonnen haben, zum neuen Musikvideo von Atomic Kiss und im Gepäck habe ich mal ein bisschen Material dabei, damit ihr seht, wie es hinter der Kamera zu ging. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bei den ersten Außenaufnahmen ging es schon richtig zur Sache. Da haben wir mit der Firma Südwestbus zusammengearbeitet, die uns den Bus zur Verfügung gestellt hat, wo wir sehr froh darüber waren und möchten uns auf diesem Weg auch nochmal bedanken. Wir sind mit dem Quattrocopter um die herum geflogen. Wir haben mehrere Schulklassen vom Salzach-Gymnasium Malbron da gehabt, die Partystimmen gemacht haben und das Video, das geht richtig ab. Und wir sind derzeit im Abglernen vom Schloss in Bruchsal und da wissen wir auch schon, dass wir rein dürfen für den Dreh. Der heutige Dreh findet im Schloss in Bruchsal statt. So, das waren es ja auch schon die ersten Eindrücke. Ich halte euch auf dem Laufen. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal.